Hallo und herzlich willkommen am Tele-Stammtisch. In dieser Ausgabe haben wir Oscar mit Judas and the Black Messiah und Otto in Catweasel. Und weil das nicht reicht, um eine Folge zu füllen, haben wir noch sieben andere, unter anderem Monster Hunter, Percy, Rosas Hochzeit, The Trouble with Being Born, Vor mir der Süden, Ich bin dein Mensch und Benedikt Cumberbatch in Der Spion. Das sollte jetzt für eine angenehme Stunde Hörspaß, also Salbe für die Ohren genügen. Und wenn euch unsere Besprechungen genauso gut gefallen wie uns selbst und ihr vielleicht noch ein paar Anmerkungen habt, wie wir es besser machen können, dann kommentiert oder abonniert oder macht, was die Plattform eurer Wahl euch zur Verfügung stellt, um mit uns in Kontakt zu treten. Wir freuen uns auf jeden Fall immer über konstruktive Kritik. Und unten in den Shownotes findet ihr auch noch ein paar Links, wie ihr unser Projekt anderweitig unterstützen könnt. Aber nun rein in die Folgen, viel Spaß, ich bin raus. Also ich habe jetzt hier vor mir die Google-Seite, ich habe Catweasel eingegeben und da steht, Catweasel kommt am 1.7. ins Kino und hat laut Google zumindest recht gute Wertungen bekommen. Catweasel, nämlich der mit Otto Walkes und ich habe ihn nicht gesehen, aber das Du hat ihn gesehen. Und der wird uns jetzt berichten, was er davon hält. Hallo Stuhl. Ja, er schaudert in meinem Glanze, ich konnte Catweasel vorab sehen. Ja. Jetzt rein optisch finde ich ihn ganz gut. Die paar Bilder, die ich sehe, Otto Walkes als Catweasel ist gar nicht mal so weit vom Original entfernt. Wer spielt denn noch mit Julius Weckauf, Henning Baum? Den kennt man, das ist doch dieser Bulle von Tölz. Äh, der letzte Bulle. Genau, und der Julius Weckauf, der hat mich letztes Mal überzeugt, als er den jungen Harpe Kerkeling gespielt hat. Der Junge muss an die Frischluft, da war der wirklich herausragend. Und es spielt auch noch mit Katja Riemann. Und in einer kleinen Rolle habe ich auch Milan Peschel entdecken können. Ja, der hat ja einiges wieder gut zu machen bei uns, glaube ich. Ja. Also er hat schon mal einen guten Film mitgespielt, aber hat dann schleifen lassen. Ja gut, aber ich denke mir immer, Gott, der Bande hat halt brilliert in halt auf freier Strecke. Ja. Da verzeihe ich ihm auch sämtliche filmischen Entgleisungen der letzten Jahre irgendwie. Zur Handlung, ich weiß gar nicht, wie viel, wie viel weißt denn du vom Original? Das ist ja etwas vor unserer Zeit, oder? Ja, ich habe das Original als Kind hin und wieder gesehen, weil meine Mutter großer Fan der Serie war. Konnte jetzt aber nicht wirklich, wirklich festmachen, was ist jetzt am Film neu und was ist, was ist gleich geblieben. Aber ich glaube so, dass die, ja grobe Promisse ist halt gleich. Im 11. Jahrhundert gibt es halt einen Zauberer, Cat Weasel, gespielt von Otto Varkis, der durch einen Zauberstab halt tausend Jahre in die Zukunft reißt und halt in unserer Jetztzeit aufwacht und dort vom zwölfjährigen Förstersohn Benny gefunden wird. Und die beiden müssen jetzt seinen Stab zurückbringen, der auf Umwege in ein Museum gekommen ist. Klingt für mich ganz klar nach Kinder, Abenteuerfilm. Ist es auch. Ich sage gleich vorweg, ganz subjektiv gesehen, war das ein echt schlimmer Film für mich. Ich habe mich wirklich oft gelangweilt, ich fand den nicht witzig, ich fand den visuell nicht hässlich, aber jetzt auch nicht besonders ansprechend. Ich muss aber da ganz klar sagen, ich bin nicht das Zielpublikum, ich bin nicht das Zielalter. Ich bin mir sehr sicher, wenn du da als Achtjähriger reingehst, hast du damit echt eine Menge Spaß. Wird der auch so für Achtjährige promotet oder ist das dann eher, ja ich meine damals mit den sieben Zwergen oder so, da hat ja Otto dann auch eher, ja vielleicht ein älteres Publikum auch mit angesprochen. Das ist jetzt hier nicht der Fall oder was? Also kein Zotenhumor, den man erwarten kann? Nee, es gibt eine ganz klare Otto-Referenz, da kommt halt dieses, droht im Tal, da lebt das kleine Otteli, diese Melodie kommt halt mal kurz vor. Aber ansonsten macht Otto jetzt damit weiter, was er in den letzten Jahren auch gemacht hat, nämlich sich halt wirklich so auf diesem Kinderfilmsektor auszutoben. Regie führte hier ja dieser Sven Unterwald Junior, der ja auch mit Otto diese sieben Zwergenfilme gemacht hat. Und der hat aber auch so Sachen gemacht wie Hilfe, ich habe meine Eltern geschrumpft oder Hilfe, ich habe meinen Lehrern geschrumpft, da gibt es ja auch mehrere Teile davon. Und da ist auch Otto Warkes immer mit dabei. Ah, okay. Und ich habe das Gefühl, dass der Warkes jetzt sich so ein bisschen im Kinderfilmsektor versucht, was ich gut finde. Dann ist er weg von der Straße. Ja, ich glaube, Geldsorgen muss sich der Mann nicht machen. Ich will ja auch ehrlich sein, ich hatte damals als Kind auch mehrere Kassetten von Otto Warkes und habe die rauf und runter gehört und konnte die auswendig. Aber es ist jetzt keine Komik, die mit mir gewachsen ist, um es so auszudrücken. Ich würde aber auch sagen, dass Otto, also du weißt halt, es ist Otto Warkes und der hat halt seine typischen Manierismen, die auch hier Catweasel natürlich rausholt. Nichtsdestotrotz finde ich, dass der für seine Verhältnisse reduziert agiert. Also Otto Warkes ist jetzt für mich nicht der Grund oder der Hauptgrund, warum er Catweasel jetzt nicht gefallen hat. Ich finde es eigentlich ganz gut, dass Otto so eine neue Nische irgendwie für sich entdeckt, weil ich fand ihn dann doch in den letzten zwei Jahrzehnten meistens doch eher peinlich. Und so nach dem Motto, er hat irgendwie nicht so wirklich gemerkt, wann er den Absprung machen sollte. Auf der anderen Seite, ich meine, für Kinder funktioniert sowas immer noch ganz gut. Ja, total. Wie gesagt, wenn ich acht Jahre alt gewesen wäre, hätte ich den Film wahrscheinlich echt lustig gefunden. Der ist auch nicht anstrengend für Kinder, der überfordert auch niemanden. Nur halt eben als älterer Semester ist es halt nichts, was mich abholt. Und da ich die Ursprungsserie jetzt nicht so gut kenne, würde ich auch Fans des Originals vielleicht sagen, erwartet vielleicht jetzt bitte nicht, dass es so ist wie damals. Ich glaube schon, dass da einige Freiheiten dabei sind. Und was ich dem Film vielleicht wirklich ankreiden muss, ich finde halt ein paar darstellerische Leistungen halt echt scheiße. Allen voran hatten ja Henning Baum als Vater von Benni echt gar nicht gefallen. Also kurze Erklärung, Benni und der Papa haben Mutter verloren. Und es läuft halt nicht so richtig in der Beziehung, weil Bennis Vater ist halt so, ja, der Junge muss halt zum Mann werden und so. Und das sind halt so, das wurde schon so oft so totgekaut. Und dieser Henning Baum, da habe ich auch das Gefühl, das ist so die Rolle, die für ihn gemacht ist, die er auch jetzt tot trampelt seit ewigen Jahren. Es ist nicht so schlimm wie in diesem unsäglichen, der letzte Bunde der Kinofilme. Das war ja wirklich ein Verbrechen am guten Geschmack. Ich will nicht sagen, dass Henning Baum per se ein schlechter Darsteller ist, Gott bewahre. Ich würde da wirklich mehr dem Drehbuch die Schuld geben. Ist dann dieses klassische Plädoyer, Leute, Typecast ist bis zu einem gewissen Grad ganz okay. Aber irgendwann mal, bitte sucht euch mal andere Rollen. Ja, genau. Und ansonsten, wie gesagt, ich finde es auch ein bisschen für mich als Erwachsenen anstrengend, wenn Kinder immer so dargestellt werden, dass Kinder ja wissen einfach, was abgeht. Und das sind die einzigen Vernünftigen und die einzigen, die wissen, was richtig gut ist. Aber ja, gut, es ist ein Kinderfilm. Deswegen kann ich mich da nur wiederholen, wenn ich jünger wäre und nicht schon auf die 40 zugehen würde, wäre Cat Weasel, glaube ich, echt ein spaßiger Film für mich. Deswegen würde ich vorschlagen, ich gebe auch keine Punkte. Ich sage einfach ganz klar, wenn ihr euren Kindern einen netten Kinotag gönnen wollt, dann schickt die gerne Cat Weasel. Ihr selbst solltet da aber nicht mit reingehen. Ich glaube, da könnt ihr eure Zeit besser verpläffern. Hm, gut. Ich hätte jetzt auch gar keine großartig analytischen Fragen mehr. Ist bei so einem Film auch schwer. Von dem her schließen wir das Kapitel. Ja. Wenn du nichts mehr hast, dann bedanke ich mich einfach für deine Info im Namen aller Zuhörer. Ich habe zu danken für deine Interviewkünste. Dankeschön. Und ja, dann würde ich sagen, war es das von uns und bis bald. Ach, was ich noch anmerken möchte, folgt dem Tele-Stammtisch auf Spotify und wenn euch das gefallen hat, könnt ihr gerne bei Apple Podcast eine positive Bewertung dalassen. Wenn euch das nicht gefallen hat, dann lasst uns trotzdem eine positive Bewertung bei Apple Podcast da. Tschüss. Wenn im modernen Kino von Agentenfilmen die Rede ist, dann denkt man dabei schnell unweigerlich an Filme wie Mission Impossible oder natürlich die James Bond Reihe. Es gibt aber auch noch die Kehrseite des Ganzen, die auch wahrscheinlich deutlich näher an den wirklichen Gegebenheiten der Spionage ist. Und zu diesen Filmen gehört auch der Spion, der uns am 1. Juli in den deutschen Kinos erwartet. Ein Film, der hier etwas im Verzug erscheint dank Corona und besprechen tue ich ihn mit Christopher. Hallo Dom, danke, dass ich hier sein darf. Jetzt lass uns aber nur über diesen Film sprechen. Die Dokumente, die du haben wolltest, darüber reden wir nachher. Genau, ja. Oder zumindest wenn die Mikrofone aussehen, dann kann uns der KGB nicht hören. Ja, ein Film, der im Kalten Krieg spielt, da gibt es ja mannigfaltig von, ob jetzt die großen Klassiker oder aber solche verunglückten Wiederbelebungsversuche, solcher Thriller mit Red Sparrow. Ja, aber worum geht es denn, Christopher, in der Spion? Anfang der 60er Jahre spitzt sich der Kalte Krieg gewaltig zu. Viele Menschen haben Angst vor einer atomaren Katastrophe. Und in all dem will der ehemalige Geheimdienstoffizier Oleg Penkovsky die Lage entschärfen und den Westen mit den nötigen Informationen versorgen. Und der MI6, der britische Geheimdienst, hat daraufhin eine Idee, sie wollen keinen gewieften Agenten auf die Sache ansetzen, sondern um halt die Geheimhaltung zu wahren, den völlig unauffälligen und harmlos wirkenden Vertreter Gravel Wynn damit beauftragen. Und Wynn reist nach Moskau und trifft sich mit Penkovsky. Penkovsky kommt auch nach London und trifft sich dort mit ihm. Und zwischen den beiden Männern entsteht neben dem Informationsaustausch auch so langsam eine Freundschaft. Doch dieses Geheimleben aufrecht zu erhalten wird für Wynn und auch für Penkovsky von Mal zu Mal schwieriger, denn der russische Geheimdienst ist ihnen doch sehr auf den Fersen. Ja, wir konnten den Film vorab sehen. Ist ja durchaus prominent besetzt mit Benedict Cumberbatch, den wir ja nicht weiter vorstellen brauchen. Rachel Brosanen, kennt man vielleicht aus House of Cards. Jesse Buckley, die wir zuletzt im fantastischen I'm Thinking of Ending Things gesehen haben. Also eine tolle Besetzung und eigentlich auch eine tolle Thematik, denn das Ganze basiert ja tatsächlich auch auf einer wahren Begebenheit, von der ich Hand aufs Herz tatsächlich vorher nichts wusste. Ich hatte dann auch im Presseheft gelesen, dass es wohl auch nicht einfach war, dazu zu recherchieren, weil diese beiden Figuren bis heute relativ so im Schatten sind. Also vor allem Gravel Wynn, da spielt das MI6 bis heute nicht mit offenen Karten. Also auf dem Papier an für sich ein tolles Ding. Benedict Cumberbatch spielt auch nicht nur die Hauptrolle, sondern hat das produziert. Allerdings muss man sagen, dass der fertige Film dann ja so ein bisschen zu der Gattung gehört, dass er vieles zwar weder so richtig schlecht macht, aber auch nicht so richtig gut. Nein, absolut. Also wirklich so die pure Mittelmäßigkeit. Mein erster Gedanke, als ich das sah, war der, der bei mir immer aufkommt, wenn es um hochrealistische und authentische Spionage-Geschichten geht. Ich fragte mich, ist das ein Jean-Luc-Carré-Roman? Ja, 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 genau. Und stellte dann fest, nein, es ist kein Jean-Luc-Carré-Roman. Es ist eine wahre Geschichte. Aber alle Zutaten dafür sind eigentlich hier. Das mag vielleicht unfair sein und vielleicht habe ich jetzt auch nicht so das nötige Sitzfleisch oder die nötige Reife oder was auch immer für diese Art von Spionage-Geschichte. Aber mir kommt das mal wieder so vor, als ist das einer dieser Filme, der benutzt den Anspruch auf Realismus und Authentizität als Schutzschild gegen den Vorwurf, langweilig zu sein. Weil wenn du dann immer dann kommst, ja, aber okay, dann spielen sie sich Informationen zu und sie werden fast geschnappt und so weiter. Ja, das kann man absolut spannend inszenieren. Das Wichtigste bei sowas ist die Inszenierung und dann weniger der Plot, das verstehe ich schon. Aber Dominic Cook, der Regisseur hier, ich bin jetzt nicht wirklich mit ihm vertraut, der findet nicht die nötigen Mittel, hier ein Gefühl von Eskalation zu vermitteln. Und deswegen ist das Ganze eben so trocken, dass da für mich sofort die Jean-Luc-Carré-Assoziation aufkam. Und ich denke einfach, Leute, die sowas gerne sehen, die sagen dann, ja, aber das ist ja wirklich so passiert und das ist ja auch total realistisch und das ist nicht der James-Bond-Blödsinn. So läuft das wirklich ab bei den Geheimdiensten. Ja, lasse ich alles gelten, aber fesseln tut es mich leider trotzdem nicht. Ja, da bin ich ganz bei dir. Also ich finde das gar nicht schlecht, wenn es auch mal ein Gegengewicht zu, ja, eben Blockbuster-Agenten-Action gibt. Allerdings ist das hier wirklich, ja, in mehreren Belangen halt das Gegenteil. Dieser Film ist sehr, sehr gemächlich erzählt und das kann ich schon mal sagen, er ist zu lang. Beziehungsweise für das, was er verhandelt, ist er zu lang. Bringt ja auf die Waage, glaube ich, mit Abspann fast zwei Stunden und das hätte man locker in 90, maximal 100 Minuten erzählen können, was hier vonstatten geht. Und das, was man sieht, ist halt über weite Strecken nicht sonderlich aufregend. Und das liegt auch daran, dass das Ganze zwar von wegen, dass ein Otto-Nomale oder möglichst unauffälliger Geschäftsmann irgendwie für den MI6 spioniert und mit dem KGB aneinander gerät, das mag alles sehr spannend und verheißungsvoll klingen, ist es dann aber leider nicht. Und das liegt nicht nur am Pacing, sondern leider dann auch an der Charakterzeichnung von Benedict Cumberbatch. Weil auch wenn er eine absolut solide Performance liefert, insbesondere zum Ende, wirklich schon beeindruckend, wie ich finde, da will ich jetzt immer nicht so viel zu verraten, liegt es daran, dass seine Figur einfach ziemlich uninteressant ist. Also, die wird halt eigentlich nur darauf reduziert, dass sie halt möglichst ein Jedermann ist. Aber ja, sie ist halt ein Jedermann und deshalb irgendwie wahnsinnig uninteressant. Einmal das und was du da bei den Figuren erwähnst, das setzt sich wirklich nahtlos weiter, was den Verlauf des Plot betrifft. Also, du hast hier so viele Szenen, die so standardmäßig runtergehandelt wirken, von wegen sowas muss ja dabei sein. Du hast die vernachlässigte Ehefrau, die denkt, hast du etwa eine Affäre, was machst du denn die ganze Zeit, wenn du da drüben bist? Und dann siehst du, wie sein Privatleben deswegen leidet. Du hast die Leute von oben, die dann Druck machen, sie müssen aber ihre persönlichen Gefühle aus dem Spiel lassen, sie müssen uns Informationen liefern, bla bla blub. Das Schlimme ist nicht nur wirklich auch die kraftlose Inszenierung, sondern selbst in diesem Rahmen von realistischen Spionagegeschichten fühlt sich das an, wie schon hundertmal gesehen. Wobei man schon merkt, dass da eigentlich gewisses Potenzial war. Also, ich fand sogar tatsächlich die Nebenfiguren, weiß ich nicht, Jesse Buckley oder auch Rachel Brossanen, die fand ich tatsächlich interessanter als die Hauptfiguren. Wobei diesen Russen, der ja unter anderem auch ein hochrangiger Sowjetoffizier war und dann halt sozusagen, es ist eigentlich auch ein Stück weit eine Whistleblower-Story. Ja. Den fand ich tatsächlich gar nicht schlecht, den Darsteller, habe ich auch gelesen, das ist ein gebürtiger George, der schlägt sich schon wacker und man merkt auch schnell, warum er und Cumberbatch so wirklich auf einer Wellenlänge sind. Das macht sie aber leider nicht interessanter. Und der Film ist jetzt weder, also der ist solide inszeniert, keine Frage, auch ein durchaus namhaften Kameramann mit John Bobbitt, aber irgendwie ist das alles so Standard. Also, da ist irgendwie nichts, wo man jetzt sagt, ja, also der Film, der muss jetzt nicht das Rad neu erfinden, aber das gewisse Etwas fehlt. Und dadurch hast du einfach irgendwie eine dauerhafte oder sehr lange Distanz zu den Figuren, zu der Handlung und erst so im letzten Drittel, würde ich sagen. Oder so, sagen wir mal, zum Ende des zweiten Aktes zieht das Ganze dann so langsam ein bisschen an, aber Spannung kommt trotzdem nicht so richtig auf. Ja, diese Monotonie, die kommt, glaube ich, auch auf, weil der von der Ausstattung her sehr karg ist. Das mag jetzt zunächst wie ein unwichtiger Grund klingen, aber das ist doch vielleicht wichtiger, als man denkt. Also, ich weiß jetzt nicht, wie hoch das Budget war, es war wahrscheinlich relativ niedrig, aber der zeichnet hier alles andere als ein stimmiges Bild der 60er Jahre. Der beschränkt sich immer nur auf ein paar Räume, Restaurants, Wohnzimmer, Hotelzimmer. Auch so Außenaufnahmen gibt es kaum, man merkt halt wirklich, man hatte wohl nicht so viel zur Verfügung. Also, es ist nicht so, dass das jetzt irgendwie schlecht ist, aber es ist auf Dauer ein bisschen monoton, so eine tonale Gleichförmigkeit einfach. Viele Szenen sind einfach in derselben Stimmung, deshalb gibt es auch keine wirkliche Fallhöhe, die sich da aufbaut, obwohl die vom Plot her eigentlich vorhanden ist. Ja, auch Spannungsmomente fehlen einfach, wo man irgendwie mal ein bisschen eine Ungewissheit hat oder sonst was. Ich meine, klar, man weiß, dass die Kubakrise dann am Ende beendet wurde und da hatten die beiden hier auch keinen unwesentlichen Anteil wohl dran, das kann man sagen. Aber ja, weißt du, selbst bei Filmen wie Valkyre mit Tom Cruise, weißt du ja, wie es ausgeht und trotzdem ist es spannend. Und da merkst du halt, das Problem hier ist die Inszenierung einfach, beziehungsweise das Gespür, das Pacing, die Dynamik. Ja, es gibt einfach kein Ticking-Clock-Element. Du hast nicht das Gefühl der Zuspitzung, du hast den Informationsaustausch mit den beiden und auf einmal im letzten Drittel heißt es dann, ich will jetzt nicht wirklich spoilern, aber im letzten Drittel fliegen dann eben Tarnungen auf und Leute werden verhaftet und dann droht ihnen tatsächlich Konsequenzen für das, was sie getan haben. Aber dass es da einen Aufbau hingibt und eine Zuspitzung der Ereignisse, das spürst du 0,0 hier. Ja, und ich würde sagen, das fasst den Film eigentlich ganz gut zusammen. Dann würde ich sagen, wenn du jetzt nichts mehr hättest, kommen wir zum Fazit, oder? Fazit. Genau, dann würde ich sagen, vergeben wir heute 1 bis 5 Jean Le Caris. Oh, wunderbar. Ja, ich will dem Film nichts Böses, der wollte einem auch nichts Böses, der wollte einem eigentlich etwas Wichtiges erzählen über ein dramatisches Kapitel der Weltgeschichte. Das hat er auch getan. Ich bin froh, dass ich jetzt um ein paar Informationen reicher bin und diese Namen kenne. Waren schon bedeutende Mitspieler in dieser Sache damals. Aber der Film hätte das ruhig ein bisschen unterhaltsamer tun können. Das hätte ihm nicht wehgetan. Ich gebe 2 von 5 Jean Le Caris. Okay, ich bin da auch natürlich relativ zurückhaltend. Und insgesamt gäbe aber dann doch 2,5 vor der mittelmäßigen Belanglosigkeit rettet dann doch Benedikt Kambabetsch das Ganze mit seinem Charisma. Seine Figur mag zwar ohne Ecken und Kanten sein, aber seine Darstellung ist es nicht in 4 in 10. Die hat mir tatsächlich gefallen, insbesondere zum Ende hin. So was habe ich von ihm eigentlich noch nie gesehen. Und es ist eine Rolle, die auch so ein bisschen zumindest mal aus seinem intellektuellen Arschloch-Schema ausbricht. Deshalb 2,5 Jean Le Caris von mir. Ja, kann man sich angucken, muss man jetzt aber nicht unbedingt im Kino sehen. Und ich würde sagen, damit sind wir raus. Christopher, herzlichen Dank für deine Zeit und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ich bin ein Mensch, ich bin aber heute auch Moderator für den Paul. Hallo Paul. Hallo du. Paul, du hattest die große Freude, wobei, ob das eine Freude war, werden wir jetzt herausfinden, den neuen Film Ich bin dein Mensch von der Regisseurin Maria Schrader zu gucken, der am 1. Juli in deutschen Kinos kommt. Und ich weiß nicht, worum es geht. Ich weiß aber, dass der Film durchaus interessant besetzt ist. Nämlich mit Sandra Hüller, Maren Eggert und dem britischen Darsteller Dan Stevens. Den kennt man so aus Sachen wie The Guest oder halt dem Remake von Die Schönen und das Biest. Und da muss ich sagen, das fixt mich schon ein bisschen an. Ja, hat mich auch angefixt tatsächlich. Und wurde dann auch zum Beispiel auf der Berlinale ja mit dem Silbernen Bären für die Hauptdarstellerin Maren Eggert ausgezeichnet. Oh, okay. Jetzt bin ich dezent neidisch, dass ich ihn nicht gesehen habe. Das ist ja bald gelegen. Aber erklär mir und den Zuhörern doch mal, worum geht es denn in Ich bin dein Mensch? Ja, wir befinden uns in Berlin der nahen Zukunft. Und da dreht sich die Geschichte um Alma, eine Wissenschaftlerin, die sich zu einer ganz besonderen Studie hat überreden lassen. Drei Wochen lang soll sie mit einem extra für sie entwickelten und ihren Bedürfnissen angepassten humanoiden Roboter zusammenleben. Und ja, sie trifft auf den hochentwickelten Tom. Und der ist einzig dafür geschaffen, sie glücklich zu machen. Es klingt so ein bisschen wie eine Art Variation von Her. Ja, wobei dieser Film eher eine Science-Fiction-Komödie ist. Also er ist nicht so viel Drama wie Her. Komödie, ja? Ja. Hätte ich jetzt nicht mit gerechnet. Ja, ich in erster Linie auch nicht. Ich hätte auch eher an sowas wie Hör oder so gedacht. Oder eben diese Filme mit künstlichen Intelligenzen etc. Man kennt sie schon, vor allen Dingen, wenn man so ein kleiner Science-Fiction-Fan vielleicht ist. Das hier ist mehr so Science-Fiction als Randthema. Natürlich auch irgendwie Mittelpunkt durch den Roboter. Aber es geht mehr um das Miteinander. Was macht Menschen aus? Aber ohne diese Botschaft eben immer und immer wieder anzusprechen. Es ist eine kleine Liebesgeschichte, die sich dann so ein bisschen entwickelt aus anfänglicher Ablehnung. Oder erst mit dem Zurechtkommen mit so einem komischen Roboter. Weil diese Studie führt sie dann auch erst mehr oder weniger ein bisschen widerwillig durch. Weil sie ein bisschen Fördergelder für ihr neues Forschungsprojekt haben möchte. Und daraus entwickelt sich eben was. Und ich war von dieser Tonalität, die dieser Film ausstrahlt, war ich auch überrascht. Weil wenn es um künstliche Intelligenzen geht, dann geht es ja meist entweder in Richtung Drama. Oder dann meist auch so ein bisschen der Gedanke, so Angst, Schrecken. Was vor dieser künstlichen Intelligenz, was ist das? Aber der schlägt da schon ein bisschen andere Wege ein. Also ist das eher ein zukunftsoptimistischer Film? Ja, genau. Es spielt auch nicht so sehr in ferner Zukunft. Sondern es sieht noch alles recht, wie wir es heute kennen, aus. Nur eben so kleine Kniffe. Wir haben mal so ein Hologramm oder eben Roboter, die sich so ein bisschen verhalten. Wie Menschen, ja. Wenn diese Alma auserkoren worden ist, als Testsubjekt zu fungieren für diesen modernen, neuartigen Roboter. Geht es dann vielleicht auch ein bisschen um menschliche Einsamkeit? Sie wurde ausgewählt, weil sie die Einzige war, die auch alleinstehend eben war, gerade in dieser Auswahlgruppe. Oder was weiß ich, wie sie die Menschen da aussortiert haben. Und dieser Roboter, der wurde ja eben für ihre oder für ihre Bedürfnisse entwickelt. Er sollte eben auch als Forschungsprojekt eben, wie können Menschen vielleicht mit so einem humanoiden Roboter leben? Wie kann das funktionieren? Kann man das gefahrlos quasi machen? Und das soll sie in dieser Studie quasi herausfinden und entwickelt dann nach und nach auch so ein bisschen Gefühle. Ja gut, es ist Dan Stevens, dass man für den Gefühle entwickelt kann. Also, ganz ehrlich, ich finde ihn großartig. Und die Regisseurin, die hat ihn auch als Glücksfall für diesen Film bezeichnet. Denn sie hat nach einem Schauspieler gesucht, der gut Deutsch spricht. Und der dann so diesen englischen Akzent die ganze Zeit mitbringt. Und ich finde, der hat das so toll gespielt. Jede einzelne Augenbewegung oder die Sprache oder so. Also, mich hat es teilweise ein bisschen an Data aus Star Trek Next Generation erinnert. Aber doch nochmal eine Spur menschlicher und vielleicht auch sympathischer, zumindest über diese kurze Spielzeit hinweg. Der Film wurde ja ausgezeichnet, wie du zu Beginn gesagt hast, bei der Berlinale. Und die Berlinale zeichnet nun mal gerne, ich sag's mal polemisch, anstrengende Kunstfilme aus. Was du jetzt erzählt hast, klingt für mich aber nach einem sehr unterhaltsamen, dabei aber nicht dummen Film, der auch durchaus Potenzial hat, eine größere Masse an Menschen anzusprechen. Oder hat er da vielleicht doch noch so ein paar Kniffe drin, die ihn ein bisschen spezieller machen? Ich glaube, womit einige Leute ein Problem haben könnten, ist die sehr gemächliche Geschwindigkeit, die der Film an den Tag legt. Das ist jetzt keine Komödie, wie die hier alle paar Sekunden einen lustigen One-Liner oder so raushaut oder immer wieder komische Situationen liefert. Die Komödie, die findet hier ganz subtil statt und die ist voller so ganz kleiner Momente, vor allen Dingen eben zwischen den beiden Hauptdarstellern. Für mich hat's gezündet, mich hat das überzeugt. Also es hat so ein angenehmes Ambiente, kleine philosophische Gedanken, dann ja, was ist denn jetzt das Glück und ist das Glück was anderes, wenn's denn jetzt von der künstlichen Intelligenz kommt? Ich fand das schön. Hast du noch irgendetwas, was du zu Ich-bin-dein-Mensch loswerden möchtest, außer das Fazit? Ich glaube, so viel mehr muss ich da nicht sagen. Ich glaube auch, dass da vielleicht noch das ein oder andere an Kommentaren auf unsere Zeit auch schon drinsteckt, in der wir ja auch schon quasi in einer Welt leben, in der Algorithmen und so weiter liefern, was wir sehen wollen, hören wollen oder so. Ich denke, ich kann man den Film auch andichten und ja, ansonsten können wir gerne zu einem kurzen Fazit kommen und das ist eben für mich, das kann ich jetzt auch nochmal sagen, ich mag ruhige Sci-Fi-Filme und deswegen konnte ich auch mit dem gut was anfangen. Ich mochte dieses, was ich normalerweise aus solchen Filmen mit künstlichen Intelligenzen kannte, dieses große, kalte, also wir hatten große, kalte Gebäude oder so eine leere, sterile Welt, zumindest assoziiere ich das immer mal. Die gibt es zwar hier auch, aber das wird immer wieder durch so ganz warmherziges und auch feinfühlig und dann eben auch so wieder philosophische Momente aufgelockert, dass ich sagen muss, diese Zukunftsvision fand ich gar nicht schlecht. Ich fand die interessant, hätte vielleicht sogar noch an der einen oder anderen Stelle mehr gesehen und gebe für mich als, ja, Sci-Fi-Fan, gibt es noch einen halben Punkt oben drauf, deswegen würde ich dem Film vier von fünf Sex mit Robotern vergeben. Okay, ich will ehrlich sein, du hast mich an der Angel, es gab eine Zeit, da fand ich so das Thema künstliche Intelligenz unglaublich interessant im Film- und Serienbereich. Es gab dann auch ein paar echt gut interessante Filme, zum Beispiel den Ex Machina, aber irgendwie kamen dann nur noch diese, ja, so fatalistische Geschichten, so mit die KI, die unser Untergang sein wird. Deswegen klingt für mich, ich bin dein Mensch, doch mal nach einer erfrischenden Abwechslung und damit soll es das aber jetzt auch gewesen sein, diese Besprechung zu ich bin dein Mensch, wie gesagt, ab 1. Juli in den Kinos. Ja, die Kinos machen wieder auf und nutzt es, geht ins Kino. Paul und ich können es kaum erwarten, wieder in die Kinos zu gehen, oder? Oh ja. Dann sitzen wir endlich wieder vor der großen Leinwand und erfreuen uns. Apropos erfreuen, was uns auch erfreuen würde, ist, wenn ihr den Tele-Storm-Tisch bei Spotify folgt. Ja, das war eine super Überleitung. Und es wäre auch ganz famos, wenn ihr uns in positive Bewertungen bei Apple Podcasts dalasst. Warum? Weil wir es verdient haben. Damit sage ich Tschüss. Paul, dir gebührt das letzte Wort. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Das sogenannte Black Cinema im amerikanischen Kino ist ja nicht erst seit der Black Lives Matter Bewegung durchaus präsent in den letzten Jahren. Nach Filmen wie Get Out, Black Clansman oder selbst der Ausprägung im Blockbuster-Sektor mit Black Panther erwartet uns ab dem 1. Juli ein Film, der daran eigentlich anschließt und durchaus auch dieselben Leute im Hintergrund hat, nämlich Judas and the Black Messiah. Ja, ein Film, der für sechs Oscars nominiert war. Zwei hat er gewonnen. Allerdings gab es doch das eine oder andere Kuriosum an diesen Nominierungen. Wir haben ihn bereits vorab gesehen. Wer sind wir? Ich, der Dom und bei mir ist einmal mehr der Olli. Hallo. Ja, ich habe mich sehr gefreut auf den. Spätestens seit ich eigentlich das erste Mal so von gehört hatte und spätestens nach der Oscar-Verleihung ist das, glaube ich, ein Must-See. Aber was kriegen wir überhaupt zu sehen? Olli, sag uns mal kurz und bündig, worum geht es denn hier? Wir befinden uns in den USA der 68er, Beginn der Nixon-Area, Vietnamkrieg. Malcolm X und Martin Luther King sind ja bereits ermordet worden. Und in Chicago hat das FBI nun damit angefangen, ein bisschen aufmerksam auf die dortige Black Panther-Bewegung zu werden. Dazu schleust sie dann einen kleinen Ganoven ein, um Informationen zu sammeln, aber eben auch wunde Punkte oder Zusammenhänge. Und ja, dieser O'Neill, der eingeschleuste Informant, lernt den Anführer des Ortsverbandes, Fred Hempten, kennen und wird auch rekrutiert dann von den Black Panthers. Beobachtet ihn dabei, wie er Bündnisse formiert mit anderen Gangs und Bewegungen, wie er sich für sozial schwache Minderheiten einsetzt, aber eben auch ein bisschen militantere Wege geht. Und dadurch werden halt nach und nach dem FBI immer mehr Angriffsflächen präsentiert. Aber O'Neill bekommt im Laufe der Zeit auch vereinzelt ein paar Zweifel an dem Ganzen. Ja, das ist so grob der Einstieg. Genau. Ja, jetzt kann man vielleicht mal von dem vielleicht etwas pathetisch anmutelnden Titel so langsam drauf kommen, wie das hier alles zusammenhängt. Ein Film von Shaker King hatte ich vorher noch nie von gehört. Fred Hempten war mir nur so ganz entfernt ein Begriff. Und ja, der Film hat ja bei den Oscars, die wir ja auch zusammen gesehen haben, zusammen im Livestream, schön war es. Schöner als die eigentlich Verleihung. Der Film hat ja dadurch irritiert, dass sowohl die beiden Darsteller Danny Kaluuya als auch Lakeith Stanfield, die ja auch schon zusammengespielt haben in Get Out von Jordan Peele, dass sie hier beide nur als bester Nebendarsteller nominiert waren. Dan Lakeith Stanfield nur nominiert. Danny Kaluuya wurde tatsächlich ausgezeichnet, also für die Rolle des Fred Hempten. Und das kann man schon mal sagen, mehr als zu Recht, oder? Oh ja, definitiv. Ganz kurze Randnotiz. Es sind ja nicht nur die Academy Awards. Die haben ja auch noch diverse andere, gerade so aus dem afrikanisch-amerikanischen Wortbereich, haben die ja sehr viel abgeräumt. Insofern das noch dazu, ja. Ja gut, wenn du jetzt so wirklich drüber nachdenkst, also klar, Danny Kaluuya hat unglaublich viel Screentime und Lakeith Stanfield auch. Aber wenn du jetzt mal so wirklich überlegst, hat der Film eigentlich einen Hauptdarsteller? Ist vielleicht nicht die Black Panther-Bewegung an sich eigentlich vielleicht der Hauptdarsteller? Was meinst du? Ja, aber wir verfolgen trotzdem im Wesentlichen diese beiden Schicksale. Und der Titel gibt es ja auch vor. Also würde ich schon sagen, das sind die beiden Darsteller. Ich hätte es natürlich interessanter gefunden, wenn der Hintergrund ein anderer gewesen wäre. Wenn jetzt die beiden Darsteller gesagt hätten, nein, wir wollen, dass das Dokumentarische, dieser Dokumentarische Anteil quasi, also das, was wirklich dahinter steht und damals passiert ist, dass das im Vordergrund rückt und wir stellen es nur dar. Deswegen bitte nur als Nebendarsteller. Aber das ist ja nicht der Fall. Also insofern, ich sehe sie schon als Hauptdarsteller. Ja, da würde ich auch mitgehen. Ich würde sogar eher Lakeith Stanfield eigentlich als den Hauptdarsteller sehen. Weil ja alles durch seine Augen erzählt wird. Dadurch ist das Ganze auch erfreulicherweise kein schematisches Biopic geworden, weil wirklich so der Werdegang und die Wahrnehmung von Fred Hampton größtenteils durch seine Augen erzählt werden. Und Augen muss man hier wirklich wortwörtlich nehmen, weil Lakeith Stanfield drückt sich eigentlich größtenteils, ja, durch seine Mimik, durch seine Blicke aus, während Danny Kaluuya genau das Gegengewicht ist und trotzdem eine vielschichtige Performance liefert. Aber gerade in Szenen, wo er wirklich, ja, flammende Reden hält, schlichtweg elektrisierend ist in seiner Performance. Also kann man nicht anders sagen. Ich habe ihn ja nicht nur einmal gesehen und so auch beim zweiten Mal, dass gerade bestimmte Dialoge extrem, extrem spannend sind. Auch so, weil sie wirklich zeigen, mit welcher Inbrunst er da rangeht, aber jetzt nicht militant, meine ich, sondern ideologisch. Und das ist faszinierend. Ich meine, gerade im Auftakt, wenn er dann anfängt, so ein paar Leute auch noch zusätzlich zu aktivieren, also nicht nur Black Panther, er macht das ja zu einer sozialen Geschichte und keiner Rassengeschichte. Ja. Wie er dann bei den Rednecks da auftaucht, den Young Patriots, das war, das muss man sich vorstellen. Nachher auf einer Demo stehen halt quasi weiße Rassisten neben den Black Panthern und demonstrieren gegen soziale Missstände. Das ist, also mich hat das beim ersten Mal, das hat mich vom Hocker gehauen, das hatte ich so nicht auf dem Schirm. Ja, vor allem nicht zu dieser Zeit, wo ja die Gesellschaft in der Hinsicht gespaltener denn je war. Also die Black Community ist ja so oder so ziemlich in Aufruhr dadurch, dass die Ermordung sowohl von Martin Luther King als auch Malcolm X noch nicht lange zurückliegt. Es wird immer wieder erwähnt, man muss dazu sagen, in dem Film wird schon wirklich sehr, sehr krasser American Slang gesprochen, also afroamerikanischer Straßenslang, was das manchmal nicht ganz einfach macht. Also wenn ihr in die OV geht, was ich wirklich nachdrücklich empfehlen muss, ohne jetzt die Synchro gesehen zu haben, dann vielleicht, OV sind ja auch gerne mal mit Untertiteln, weil es ist wirklich manchmal nicht einfach, das zu verstehen. Aber das muss man vielleicht gar nicht, weil das einfach so grandios rübergebracht wird und mit so einer Inbrunst, die aber nie einfach nur einfach wie Nachahmung oder Mimikrie wirkt. Also der Nickelou ja verschwindet wirklich förmlich hinter dieser Performance, schafft es aber zugleich nicht einfach nur der große salbungsvolle Redenschwinger zu sein, sondern es gibt immer auch wieder schöne Momente, schöne, stille, nachdenkliche Momente zusammen mit seiner Freundin, die dann auch später von ihm schwanger ist. Da ist zum Beispiel einer, wo man merkt, dass er eigentlich ziemlich schüchtern gegenüber Frauen ist am Anfang. Das ist total schön gespielt, mit schönen Gesten, wenig Worten, großartig einfühlsam. Also dieser Film ist vor allem eins unglaublich grandioses Schauspielerkino und zwar durch die Bank weg. Auch Jesse Plemons, der einen FBI-Agenten spielt, der ja so hinter Lakeith Stanfield so ein bisschen die Fäden zieht. Und der, der auch so ein oft unterschätzter Meme ist, der gefühlt gerade überall ist, der Typ, man kennt ihn ja vielleicht noch aus Breaking Bad als ein ziemliches Arschloch, aber hier ist er auch nicht ganz so unscheinbar, wie man es denken würde, ne? Ja, hat auch kein Gewissen in dem Sinne, geht voll mit. Martin Sheen als J. Edgar Hoover, der ihn dann auch wirklich einimpft, okay, das ist jetzt deine Schafffigur, aber wir müssen dafür sorgen, dass dies und dies Ziel erreicht wird und da gehst du über Leichen. Und so passiert es dann ja vielleicht auch hier und da so ein bisschen, ja. Man versteht vor allem auch, warum Fred Hampton denen auch wirklich ein Dorn im Auge ist, auch weit über die Black-Community hinaus. Du hast es ja gerade eben schon gesagt, dass da selbst welche mit konföderierten Flagge dann Seite an Seite mit denen für Rechte oder für Gerechtigkeit demonstriert haben. Und das ist wirklich das Besondere, also du siehst auch wirklich so in Massenszenen, wo dann Danny Kaluuya wirklich sich Luft verschafft und wirklich diese ganze angestaute Wut und diese Hoffnung auf eine bessere Welt und Gerechtigkeit wirklich nicht herausbrüllt, aber wirklich mit einer Inbrunst aus sich heraus spielt eigentlich schon. Das ist unglaublich, das muss man gesehen haben. Ich bereue es auch tatsächlich, dass ich den Film nicht im Kino sehen konnte. Ja, ganz klar, ganz klar. Wäre auch nicht schlecht. Vor allen Dingen interessant ist auch, es geht hier nicht um einen schwarzen Führer, der vorangeht und von allen gefeiert wird, sondern er steht da vorne und impft jeden ein, ihr alle seid Führer. Also wir haben flache Hierarchien und das hat es ja so extrem unangreifbar gemacht. Dass er wirklich auch mit Inbrunst dahinter stand, auch als ihm nachher Gefängnisstrafe anstand, hat er gesagt, okay, ich werde nicht verschwinden, sondern ich gehe ins Gefängnis und ihr baut für das Geld, das ich haben könnte, baut ihr halt für die Community ein Krankenhaus. Also auch solche Geschichten, die irgendwie gezeigt haben, da sind andere Sachen in Gang als nur irgendwie, wir kämpfen für schwarze Rechte und das finde ich eigentlich nicht unwichtig. Vor allem wird er trotzdem ambivalent dargestellt. Sowohl er als auch Lakeith Stanfield sind ambivalente Figuren. Also man darf nicht vergessen, dass Fred Hampton bei aller Liebe auch sehr sich hat inspirieren lassen. Da gibt es ja eine Szene, das ist ja wirklich unübersehbar, von Malcolm X, der ja alles andere als eine umstrittene Person ist bis heute. Und da gibt es ja selbst noch heute Sachen, die ans Licht kommen, auch über dessen Ermordung. Und man merkt aber, wie die hier fest, die Black Community hier felsenfest davon überzeugt ist, dass ihre beiden Gallionsfiguren Malcolm X und Martin Luther King, ja, von den Behörden mehr oder weniger aus dem Weg geräumt wurden. Und das schürt auch nochmal natürlich so die angeheizte Stimmung und treibt auch nochmal selbst Weiße, also nicht schwarze Bürger in die Arme der Black Panthers. Also das ist unglaublich. Und wie gesagt, also die Methoden von Fred Hampton oder auch so ein bisschen natürlich auch seine Ideologie, die auch stark geprägt ist, nicht nur von Malcolm X, sondern zum Beispiel auch von sowas wie Mao oder Fidel Castro wird auch mal angedeutet. Und das wird weder schön gefärbt, noch jetzt irgendwie verdammt, das wird wunderbar ausgewogen dargestellt. Und das verdankt der Film nicht nur seinen Hauptdarstellern, sondern auch der großartigen Regie der Kamera, die auch nicht umsonst für einen Oscar nominiert war von Sean Bobbitt, der zum Beispiel auch die Kamera von Twelve Years a Slave hatte. Da hat man auch wieder eine Verbindung. Oder aber ja, auch das Drehbuch, für das auch Shaker King zuständig war. Also wirklich ein großer Film, teilweise wirklich ein elektrisierender Film, der einen wirklich mitreißt. Teilweise hast du das Gefühl, dass dieser Appell und diese Wucht und diese Stimmung wirklich schon aus dem Bildschirm beziehungsweise aus der Leinwand hervorbrechen. Also ein wahnsinnig kraftvoller, ein wichtiger, ein unglaublich mitreißender, großartiger Film, den wir da gesehen haben. Ja, unter anderem auch noch unterstützt durch richtiges Archivmaterial. Wir sehen echte Aufnahmen aus der damaligen Zeit auch streckenweise. Also gut, es gibt auch ein paar, die gefakt sind. Das sind dann die Interviews mit Stanfield. Aber das nur am Rande, man kann es schon auseinanderhalten, ja. Hast du denn noch was zu Judas and the Black Messiah? Ich muss nochmal anmerken, also ohne jetzt zu viel zu verraten, aber ich finde den Titel schlichtweg genial. Ja. Das mag ich noch anmerken. Noch groß eigentlich nicht. Wir haben alles grob angerissen. Es lohnt sich, ihn zu gucken. Wir haben nichts vom Plot erzählt. Es gibt Figurenentwicklungen und auch Situationen, wo du denkst, ach du Scheiße. Und das passiert dann so tatsächlich. Und wenn man nachliest, es war auch so ähnlich. Und finde ich gut, dass es dann so unverblühend dann auch mal gezeigt wird. Und ich sage nur Empfehlung. Also wenn wir jetzt beim Fazit wären, würde ich auch sagen, ich habe viereinhalb von fünf Punkten zu vergeben. Ja, ich bin da auch fast bei dir. Ja, ich gebe nochmal vier. Ich muss sie nochmal sehen. Und ich könnte mir vorstellen, dass der halt, es ist die Frage, der sollte ja eigentlich letztes Jahr im Sommer rauskommen. Der hätte wahrscheinlich noch deutlich mehr Bass gehabt durch die, ja, auch wenn es jetzt natürlich ein bisschen makaber ist, aber halt hier George Floyd, Black Lives Matter, da war das ja wirklich auf der Agenda. Ja. Aber ungeachtet dessen ist das ein Film, der wahrscheinlich in deutschen Kinos ein bisschen schwieriger funktionieren könnte. Taten ja auch schon zum Beispiel auch Filme wie Selma, den ich auch hier sehr empfehlen kann, von Evel DuVernay. Nee, ansonsten gebe ich vier von fünf, ja, Black Panthers, sagen wir mal. Also wirklich, schaut ihn euch an, wenn ihr die Gelegenheit habt. Es lohnt sich wirklich. Ein großartiger Film, wahrscheinlich sogar mit einer der besten dieses Jahres oder in Anführungsstrichen letzten Jahres. Absolute Empfehlung, wirklich. Ja, gehe ich mit. Ihr müsst schon ein bisschen investiert sein in das Ganze. Also wenn ihr wirklich gar keine Ahnung habt von der Black Community History in den USA, dann kann das einen vielleicht auch ein bisschen überfordern. Aber der Film setzt auf der anderen Seite auch nicht zu viel voraus, wie ich finde. Ja. Alles klar, dann sind wir damit raus. Hat mich sehr gefreut, Olli. Mach es gut. Ciao, ciao. Ja, mich ebenso. Ciao. Bevor wir diese Besprechung zu Monster Hunter starten, muss ich etwas klarstellen. Ich mag Paul W.S. Anderson überhaupt nicht. Nicht persönlich, aber seine Filme sprechen mich null an. Nachdem wir das aus dem Weg geschafft haben, herzlich willkommen zur Besprechung von Monster Hunter hier beim Tele-Stamm-Tisch. Ich bin der Stu und heute an meiner Seite ist der Olli. Grüß dich, Olli. Hallo. Olli, jetzt habe ich ja schon meine, ich nenne es mal, künstlerische Antipathie gegenüber Paul W.S. Anderson ausformuliert. Wie stehst du denn zu dem Regisseur? Ja, du hast es sehr blumig formuliert. Ich kann einfach nur sagen, ich würde den Gamer persönlich treffen. Und das wäre dann auch wahrscheinlich das letzte Mal, dass man von ihm hört, ja. Da haben sich ja zwei perfekte Leute getroffen, um diesen Film zu besprechen. Yay! Yay! Kommen wir kurz zu den Infos. Der Film startet endlich in den Kinos, in den deutschen Kinos am 1. Juli. Die Regie führte, wie bereits erwähnt, Paul W.S. Anderson. Das W.S. ist wichtig, Leute. Hauptrolle hat Mila Jovovich inne, außerdem noch dabei ist Tony Jaa und Ron Perlman. Und es ist eine Videospielverfilmung. Wer sich mit Videospielen was auskennt, der hat bestimmt schon mal Monster Hunter gehört. Da kann man irgendwie Monster töten und dann deren Überreste in Rohstoffe verwandeln. Ich habe das Spiel nie richtig gespielt. Hast du es gespielt? Ja, ich bin auch Fan der Reihe. Oh, okay, das wird interessant. Okay, gut. Jetzt aber mal ins Eingemachte. Olli, worum geht es Monster Hunter? Der Film startet mit der Grundidee, dass es weitere Welten jenseits der eigentlichen Wahrnehmung geben könnte. Und in so eine Welt starten wir dann auch. Wir sehen ein Segelschiff, das durch eine Wüste fährt und von zwei großen Kreaturen verfolgt wird. Und bei dem Angriff wird dann auch die Figur von Tony Jaa von Bord geschleudert und wir wissen nicht, was weiterhin passiert. Ja, und plötzlich sind wir dann in unserer Welt, auch in einer Wüste, wo Käpt'n Nathalie Artemis, dargestellt von Frau Jovovich, mit ihrer kleinen Gruppe an Soldaten nach ihrem Bravo-Team suchen, die hier irgendwo in der Wüste verschollen sein sollen. Ja, und es passiert, wie es passieren soll. Es kommt ein kurzer Gewittersturm ganz plötzlich und sie werden scheinbar wegteleportiert, finden sich in einer etwas anderen Wüste wieder und werden plötzlich auch von einer großen Sandkreatur angegriffen. Ja, es kommt auch relativ schnell zu einem Zusammentreffen mit der Figur von Tony Jaa. Und ja, jetzt stehen wir vor dem Problem, was hat es mit dieser Welt auf sich, wo ist das Bravo-Team, wie kann man diese Kreaturen, die da sehr angriffslustig sind, eventuell besiegen. Und die größte Frage natürlich, wie kommen wir wieder zurück nach Hause? Also, du kennst ja die Vorlage oder spielst sie, bist Fan. Ich kenne die Videospiele nur vom Hörensagen. Wie adäquat ist der Film umgesetzt im Kontext zu den Videospielen? Überhaupt nicht. Klar ist die Spielreihe jetzt auch nicht gerade von immensen Plot und solchen Elementen ausgezeichnet, aber man hat ein sehr interessantes Worldbuilding und das findet in diesem Film überhaupt nicht statt. Er hat sich ein paar Elemente rausgenommen, das sind halt die Figuren. Diablos sieht man sehr, diesen mit dem Hörnern, der da aus dem Wüstensand immer wieder angreift. Und es gibt noch ein paar andere, die man wieder erkennt. Das sind so die Elemente, die Waffen natürlich auch, also diese Schranktürgroßen Schwerter, die da auf den Schultern getragen werden und so. Also, aber es gibt keine Erklärung dazu. Auch gibt es dann welche, die ein bisschen magisch aufgeladen sind. Das ist auch ein bisschen aus dem Spiel, weil man da ja Status und Elemente und all sowas hat. Aber ansonsten null und es findet ja auch null Einführung statt. Also, das ist eben das Problem. Wir haben ja eine Sprachbarriere zwischen den Charakteren nachher. Das heißt, da gibt es dann auch nicht viel, außer Hand und Fußbewegung, nicht mehr viel Erklärung. Ob es ein Fleischfresser ist oder ein Pflanzenfresser, das erfährt man vielleicht, ja. Und tiefer geht man nicht in die Materie. Mich erinnert Monster Hunter ja so ein bisschen an eine andere Videospielverfilmung der letzten Zeit, nämlich an Mortal Kombat. Denn genau wie Mortal Kombat hat Monster Hunter meines Erachtens das große Problem, der wirkt halt einfach wie so ein Einstieg. Also, einfach mal gucken, funktioniert das? Und wenn ja, beim zweiten Teil, dann machen wir den richtigen Film. Ja. Das war einfach so, du wirst reingeschubst, was ich an und für sich immer ganz cool finde. Man macht so, so zack rein. Aber da muss man auch irgendwas liefern. Und ja, da liefert der Film halt einfach nicht. Also, er hat ein paar hübsche Einfälle. Gerade halt, wenn so, ich sag mal, Segelboote über den Wüstensand halt segeln. Das sieht ganz schön aus. So kleinere Sachen sind dabei. Aber ansonsten ist das halt einfach eine ziemlich tumpe Action-Sau. So, wo halt so Militär gegen richtig fiese Monster kämpfen. Das Monster-Design fand ich persönlich jetzt nicht so Bombe. Also, das meiste waren halt irgendwelche, ja, überdimensionierte Eidechsen oder Insekten mit ein paar Ausnahmen. Und die Figuren, da hast du schon auch gesagt, ach, die kannst du vergessen, die sind vollkommen egal. Also, Tony Jaa, ja, dem zuzugucken, macht schon durchaus Spaß. Ich hatte auch das Gefühl, dass der auch Spaß hatte. Aber ansonsten, finde ich, ist das ein Film, über den kann ich mich nicht aufregen. Da gibt es weitaus Schlimmere. Aber ich saß da und dachte mir so, ja gut, der Film macht irgendwie nicht so richtig korrekt. Auch die Action-Szenen sind zwar teilweise recht groß, aber er schafft es nie wirklich, so eine Art von Epic zu implementieren. Und halt, der Film ist auch katastrophal geschnitten. Egal, ob Action-Szenen oder Dialog-Szenen, der ist so edelnig zerschnitten. Und das war schon immer ein Problem von Paul W.S. Anderson, dass ich an dem Film wirklich nur wenig Freude finden konnte. Ja, das Problem ist auch das Schauspiel. Also, ich meine, wie viele Filme Jobowitsch jetzt schon gemacht hat, aber sie kriegt es nicht hin. Also, das verstehe ich nicht. Und gerade, wenn man dann so eine Figur hat, mit der sie nicht kommunizieren kann und das irgendwie anders dann transportieren muss, haut es nicht hin. Also, da war es noch deutlicher. Sonst spielt sie ja die Kuhle und Taffe. Das hat sie ja phasenweise mit ihrem Trupp auch machen können. Nur, der wird ja dann irgendwann immer kleiner. Und dann ist sie mit jemandem zusammen, ja, Tony Jaa, mit dem sie halt in dieser Welt keine gleiche Sprache hat. Und das war so holzig und klotzig, wie nachher auch die groben Waffen, die sie da mit sich rumschleppt. Also, das größte Monster ist für mich die Beliebigkeit in diesem Film. Und die wird halt nicht besiegt. Das ist eine sehr schöne Äußerung. Das größte Monster in Monster Hunter ist die Beliebigkeit. Gebe ich dir recht, tatsächlich. Ich dachte ja, wie gesagt, wenn man die Spiele kennt und die Spiele auch mag, dass man vielleicht da ein bisschen mehr von abschöpfen kann. An Unterhaltungswert nenn ich's mal. Aber anscheinend, wenn du halt Fan der Reihe bist und da auch keinen großen Spaß hast, dann ... Naja, was hat man da? Man hat Spurensuche, man hat unterschiedliche Biome, man muss Taktiken entwickeln, man muss bestimmte Waffen wählen, man hat Trefferzonen und, und, und. Also, das ist Monster Hunter. Und ist klar, das kann man im Film vielleicht nicht ganz transportieren. Ab und zu hat man das Gefühl, hier wurde es angerissen. Aber so die Tiefe, die wird in allem vermisst. Und am schlimmsten halt, dass das Worldbuilding nicht stattfindet. Da hätte man was draus machen können. Man hat ja wirklich eine Jägersituation. Und wenn's nur um ein Vieh geht, aber dass man sich da dann rantastet und dann erst irgendwie, ja, wieder zurück in seine Welt findet. Und nicht durch ein blödes Portal, das durch einen Gewittersturm da irgendwie generiert wird. Also, sorry, das war so einfallslos. Nur damit es schnell zu dieser Konfrontation kommt. Und so wurde in diesem Film von einer Konfrontation zur nächsten irgendwie gehasstet. Und, ja, für Leute, die auf sowas stehen, die nicht über irgendwas nachdenken wollen, die keine nachvollziehbaren Charaktere haben wollen, ist das natürlich eine Top-Empfehlung. Also, ganz klar. Ich muss auch sagen, ich glaube, mir hätte es besser gefallen, wenn man halt dieses ganze Militärdingen weggelassen hätte und sich wirklich nur auf Tony Jars Figur konzentriert hätte. Ja. Dass wir also gar nicht diesen Gegenwartsplot, nenne ich es mal, haben, sondern einfach, wir kommen in dieser Welt von Anfang an an, lernen Tony Jars kennen und er führt uns so ein bisschen in diese Welt ein. Ich hatte teilweise auch wirklich das Gefühl, ich meine, Paul W.S. Anderson und Mirajowicz sind halt seit vielen, vielen Jahren verheiratet und auch sehr glücklich. Das sei ihnen gegönnt. Aber ich finde, dass der hier mal wieder zeigt, dass er seine Frau wirklich überall unterbringen will in seinen Filmen. Und ich finde, das passt hier einfach nicht. Naja, sie hätte ja selbst in dieser fremden Welt funktionieren können als weibliche Figur. Da gibt es ja auch genug andere, die da rumrennen. Aber dass man dann irgendwie eine Parallelwelt konstruieren muss, die im Spiel so nicht existiert, das verstehe ich nicht ganz. Es wirkt halt so ein bisschen wie, als wenn sie da überlegt haben, okay, wir brauchen jetzt irgendwas, was 14-jährige Jungen anspricht. Ja, große Monster, okay, das ist schon mal geil, aber wir brauchen noch etwas Militärisches. Also, weil Leute, die Monster Hunter gut finden, die spielen vielleicht auch Call of Duty. Also bringen wir noch irgendwas Militärisches mit rein. So wirkt das auf mich. Gut. Ich würde sagen, wir könnten im Fazit kommen, oder? Welche Punkte vergeben wir? Ganz normale Punkte. Hier lohnt es sich nicht, irgendwie eine Aufriss zu machen. Oh, okay, das ist mein Statement. Dann kannst du Monster Hunter 0 bis 5 ganz normale Punkte ohne Aufriss vergeben. Genau. Ganz kurz nochmal zu sagen, man braucht keine Vorkenntnisse. Also, die greift der Film nicht ab. Also, jeder wird gleichermaßen bedient. Ich würde sogar sagen, Fans der Vorlage sind sogar gekränkt durch diesen Film. Daher kriegen die von mir, also das Prop Design und das Set Design nicht so sehr, aber die Waffen und ein bisschen die Monster, die eins zu eins aus dem Spiel übernommen wurden. Das ist eher der Bonuspunkt. Und ansonsten hätte ich 0 vergeben. So ist es ein ganzer Punkt. Hui. Ich bin ein bisschen gnädiger. Ich gebe einen halben Punkt mehr, also 1,5. Es gab ein paar Momente oder Szenen, die fand ich ganz nett, ganz hübsch. Ansonsten ist das halt ein Paul W.S. Anderson-Film. Und er hat hier mal wieder bewiesen, dass ich am besten Abstand halte von diesem Filmemacher. Der macht einfach keine Filme, die mich ansprechen. Wer anderer Meinung ist, dem sei es gegönnt, ab 1. Juli könnt ihr euch den Film im Kino angucken. Ich wünsche euch viel Spaß. Ich wünsche euch außerdem viel Spaß mit den weiteren Programmen des Tele-Stammtischs. Denkt dran, ihr könnt uns unterstützen. Einfach uns bei Spotify folgen oder hier und da mal eine positive Bewertung auf iTunes dalassen oder Apple Podcast, wie es heutzutage heißt. Ich bin ein alter Mann, ich kann nichts dafür. Olli, ich danke dir für deine Zeit und Expertise. Ja, gerne. Ich danke mir, dass ich auch mal da war und sage Tschüss an euch und Olli, dir gebe ich das letzte Wort. Schaut euch möglichst den Film, nicht den Kino. Und ciao. Hallo, hier ist der Mo vom Tele-Stammtisch und bei mir ist der hochgeschätzte Kenny. Einen traumhaft wunderschönen guten Abend. Und der Kenny hat den Film Percy gesehen, der auch mit dem Titel Percy vs. Goliath vertrieben wird. Ein Film aus dem letzten Jahr, eine kanadisch-amerikanische Produktion und soweit ich das weiß, Kenny, ist das eine biografische Verfilmung eines tatsächlichen Rechtsstreits. Aber erzähl mal. Ja, Percy ist ein Biopic. Ein schönes Genre, was ich sehr, sehr liebe, weshalb ich mich freue, dass ich diesen Film gucken durfte. Mit der Hauptrolle gespielt von Christopher Walken. Dieser spielt einen 70 Jahre alten Farmer, der da oben in Kanada irgendwo lebt, in Saskatchewan. Und der baut Raps an. Und eines Tages kriegt er Post und wird verklagt von der Firma Monsanto. Das kennen einige vielleicht, das ist so ein Skandalunternehmen, sehr kapitalistisch, die die ganze Welt übernehmen wollen. Und er geht dann quasi rechtlich gegen diese Firma vor. Denn die werfen ihm vor, dass er sein Raps, den er anbaut, von Monsanto quasi geklaut oder angebaut hat, aber nicht die Lizenz dafür hatte. Denn man konnte in seinen Raps die Gene von Monsanto nachweisen, die ja bekanntlich resistent sind gegen Glyphosat und andere chemische Pestizide. Und es geht dann um diesen jahrelangen Rechtsstreit zwischen ihm, einem kleinen Farmer irgendwo vom Land, der gegen ein Milliardenunternehmen namens Monsanto ankämpft. Und Christopher Walken sehe ich persönlich ja auch immer sehr gerne. Der kann sehr, sehr charismatisch sein und sehr, sehr oben drüber. Wie ist er denn hier? Sehr authentisch. Also da spielt er halt so einen richtig ländlichen alten Kauz, der sein Leben lang nichts anderes gemacht hat, als auf dem Feld zu stehen, der wirklich Profi davon ist. Und das kommt mega authentisch rüber. Und die anderen Rollen sind ja auch recht prominent besetzt, auch wenn der ein oder andere länger schon nicht mehr im Fernsehen zu sehen war. Zach Braff, Christina Rickey, wie machen die ihre Arbeit? Ich muss sagen, alle Hand, alle durch die Bank weg, super Leistung. Es ist alles mega authentisch, du nimmst dir das voll ab. Das Einzige, was ich angreifen muss, leider Gott, das ist die Rolle von Zach Braff. Denn der spielt den Anwalt, der den Farmer vertritt. Und der ist so um die 40, würde ich jetzt schätzen. Du kannst es nicht wirklich abschätzen, aber er läuft halt mit so einem Krückstock rum. Und ich nehme ihm diese Rolle des alten Mannes, der mit dem Krückstock rumrät nicht ab. Er ist nicht alt, aber ich weiß nicht, was der Anwalt in Wirklichkeit für einen Gehfehler hat. Das ist ja alles basierend auf einer wahren Begebenheit. Das ist das Einzige, aber ich liebe Zach Braff. Deswegen wollte ich den Film auch unbedingt gucken und ich liebe halt auch Christopher Walken. Und die beiden alleine waren schon der Grund für mich, diesen Film gucken zu wollen. Und da wird man auf jeden Fall nicht enttäuscht. Das ist ja im Grunde schon ein ziemlich positives Fazit. Du bist ein bisschen on fire für den Film. Du hast dich da so ein bisschen reinverliebt. Ja, das liegt ja daran, weil ich einfach Biopics liebe. Ich mag Geschichten, die auf wahren Begebenheiten beruhen. Und die von guten Schauspielern gut rübergebracht werden. Dass du es nachvollziehen kannst, dass du es verstehen kannst. Und dass du dich da hineinversetzen kannst. Dass du am Ende so ein Mitgefühl hast, wenn du dann liest, okay, der ist dann verstorben und denkst so, ja, der hat ja richtig was geleistet in seinem Leben und ist ein richtig toller Mensch. Und sowas bin ich immer zu haben. Also Biopics sind absolut mein Ding. Ja, geht mir ähnlich. Also wenn ein Biopic gut gemacht ist und man hat hinterher auch noch lustig, so wie du gerade sagtest, mit der Geschichte dann mit den echten Menschen auseinanderzusetzen, dann macht so ein Film ja immer alles richtig. Absolut, absolut. Und das Ding ist spannend oder ist das eher so in Richtung Drama? Wie würdest du das einteilen? Es ist relativ ruhig. Also es ist kein Drama in der Hinsicht. Also es fängt an und erzählt die Geschichte, was passiert ist. Und das ist, glaube ich, auch der Schwachpunkt des Films. Er ist nicht so dramatisch wie vielleicht andere Biopics, wo du denkst, wo du weißt, wie es ausgeht. So hoffentlich klappt das alles. Und das ist hier nicht so der Fall. Also man hängt dran. Wenn man ein Fan von Biopics ist, dann bleibt man dran. Und wir wissen, wie geht es weiter? Was passiert da alles? Aber es ist nicht so ultra-thematisch gemacht wie zum Beispiel andere Biopics. Nehmen wir jetzt Masali als Beispiel. Das macht er halt nicht. Das ist so die einzige Schwäche, wo ich sagen würde, ich würde ihm jetzt nicht die 100% oder die 10,0 oder was auch immer wir da für Punkte geben würden. Er ist halt relativ ruhig. Aber er erzählt halt von vorne bis hinten die Geschichte. Natürlich in Anführungsstrichen im Schnelldurchlauf, denn das Ganze fängt ja 1998 an und geht dann bis 2002. Das geht ja über mehrere Instanzen der Gerichte, wie auch in Deutschland, wie wir in verschiedenen Instanzen haben. Und das zieht sich halt natürlich über Jahre. Und das versucht der Film natürlich aufzuzählen. Da hast du natürlich noch ein paar Sachen, die passieren. Und dann passiert da noch eine kleine Nebensache, die familiär ist. Aber das gehört halt einfach dazu, um darzustellen, was für ein Mensch er halt ist. Also würdest du sagen, gradlinig erzählt, gut produziert. Ja, genau. Hat kleine Schwächen im Spannungsbogen vielleicht. Aber die Darbietung an sich, der ganze Film an sich, hat dir Spaß gemacht. Absolut. Also eine absolute Empfehlung für alle Freunde von Biopics, die halt wahre Geschichten mögen, die Christopher Walken mögen. Absolute Empfehlung, die Zach Braff mögen und ihn mal wieder sehen möchten. Das sind wir ja alle. Also Christopher Walken mögen wir doch alle hoffentlich. Ich will es hoffen. Also wenn nicht, dann Leute, warum? Keine Ahnung. Ich finde, es gibt wirklich wenig Leute, die so charismatisch sind wie er. Und natürlich hat er ja auch komische Filme gemacht und so gar keine Frage. Aber ich kenne ihn auch aus anderen Filmen. Und wenn der sein Herzblut da reinsteckt, dann hängst du an seinen Lippen. Also das geht mir auf jeden Fall so. Aber ich glaube, so definiert man ja auch einen guten Schauspieler, dass sie halt nicht nur auf die großen Triple-A-Titel warten, sondern einfach das spielen, worauf sie Bock haben. So kleine Indie-Titel, dann mal wieder da ein Triple-A-Titel und dann mal da was und dann mal da wieder da was. Das macht da einen Schauspieler aus. Oder der vielleicht mal zwischendurch noch irgendwo im Theater spielt, einfach weil er Bock hat zu Schauspielern. Ich finde, das macht einen richtig guten Schauspieler aus. Oder eine Musikvideo, ziemlich wild tanzt. Das hat er ja auch schon gemacht. Finde ich gut. Ich habe den Film auf jeden Fall auf meiner Playlist, kann ich sagen. Ich wollte ihn auf jeden Fall sehen. Du hast es mir jetzt auch sehr, sehr schmackhaft gemacht. Du weißt ja, wir vergeben gerne Punkte. Du bist ja lange Mitglied schon in diesem Team. Also auf einer Punkteskala von 0 bis 5. Würde ich ihm 4 von 5 geben. 4, fett. Wow. Na dann, dann gucke ich den am Wochenende. Dann wünsche ich dir viel Spaß dabei. Ich danke dir. Ich danke dir, dass du die Zeit genommen hast. Sehr gerne. Sag mal Tschüss jetzt. Tschüss und schönen Abend noch. Herzlich willkommen zurück zum Tele-Stammtisch. Ich bin die Sarah und ich habe hier bei mir den Werner. Moin Moin. Und wir beide werden zusammen heute über Rosas Hochzeit reden. Ich habe diesen Film leider nicht sehen können, aber Werner kann uns dafür alles über diesen Film erzählen. Werner, worum geht es denn in diesem Film? In dem Film geht es um die titelgebende Rosa, die ein sehr stressiges Leben führt, weil sie zu allem Ja sagt, worum man sie bittet. Helf hier mal, erledige diesmal, kümmere dich bitte darum. Also sie lebt quasi mehr für andere als für sich. Und dann kommt sie an den Punkt, wo sie 45 Jahre alt wird und sagt, jetzt ist Schluss damit. Ich fange ein neues Leben an. Und ja, dann kommt da eine gewisse Hochzeit ins Spiel. Zu der werde ich jetzt erst einmal nicht zu viel sagen oder generell nicht, weil das ein bisschen was spoilern würde. Aber ja, das ist so die Geschichte. Sie macht Schluss damit, dass sie für andere lebt und will ihr eigenes Leben leben, ab sofort. Das klingt ja schon mal nach einer sehr spannenden Prämisse, dieses Schluss machen, neu anfangen. Der Film ist in Spanien angesiedelt und soweit ich das erfahren habe, hattest du auch die Ehre, einen spanischen Screener zu sehen. Genau. Der Film, der kommt jetzt, wenn alles gut geht, man weiß ja aktuell nicht bei den Kinos, kommt am 1. Juli dieses Jahr ins Kino, geht 138 Minuten. Und wie du richtig sagst, ich durfte ihn im O-Ton sehen auf Spanisch, aber zum Glück mit deutschen Untertiteln, weil Spanisch muss ich zugeben. Da kann ich außer Hallo, glaube ich, nichts sagen. Immerhin die Begrüßung würde man noch verstehen. Ja, dafür reicht es noch. Aber da das jetzt eben ein spanischer Film ist, entschuldige ich mich schon mal dafür, dass ich den Cast nicht auflisten werde und aussprechen werde, weil die spanischen Namen auszusprechen, ich würde es nur falsch machen. Also von dem her, ja, werde ich das Ganze ein bisschen zusammenfassen, was die Schauspieler angeht, indem ich einfach so viel sagen kann, dass der Cast seinen Job gut gemacht hat. Also da war keine negative Leistung dabei, aber auch nichts Oscar-reifes, sondern einfach das, was man von so einem kleinen, netten Streifen aus Spanien erwarten kann. Da der Film aus Spanien kommt, kam denn so ein bisschen spanische Lebensfreude auch mit rüber? Also es ist ja eine Komödie, kam das mit rüber? Oder wie würdest du das bewerten für diesen Film? Ja, also so ein bisschen Urlaubsfeeling kommt hier und da durchaus mal durch. Und der Film hat dann ein paar wenigen Stellen, auch ein paar schöne Aufnahmen, Landschaftsaufnahmen und so etwas. Hier und da kommt dann mal eine Feier ins Spiel, klar, bei dem Titel. Also der Film weiß durchaus Stimmung zu machen, ohne allerdings, dass er einen zu sehr mitreißt. Was ich ja besonders interessant finde, die Regie führte bei diesem Film Issa Bolan, die Aussprache bitte ich zu entschuldigen. Diese Regisseurin ist dafür bekannt, Filme von Frauen für Frauen zu drehen und anzubieten und sich auch dafür einzusetzen, dass hinter der Kamera beziehungsweise am Set immer mehr Frauen vertreten sein sollen. Wie hast du dich denn als Mann gefühlt beim Schauen dieses Films? Hast du dich irgendwo nicht abgeholt gefühlt wegen dieser Thematik? Ehrlich gesagt nicht. Also was das angeht, merkt man dem Film nichts an, dass irgendwie Frauenüberschuss herrscht oder etwas dergleichen. Ich meine, die Story, klar, die passt dazu, weil Rosa eben alleine ist und sie jetzt eben, ja, durchstarten will, sage ich mal, alleine als Frau, als starke Frau und so etwas. Also von der Story und der Darstellung merkt man das ein bisschen, aber das würde ich jetzt nicht irgendwie negativ ankreiden, sondern würde es sogar eher positiv anmerken, einfach weil der Film mich trotzdem insgesamt recht ordentlich abgeholt hat. Also er war jetzt nicht unbedingt sehr lustig, wie man aus den Untertiteln rausgelesen hat. Vielleicht kommt es in der deutschen Übersetzung dann natürlich ein bisschen besser rüber. Aber die Story, muss ich sagen, die hat mich ganz gut bei Laune gehalten. Man sieht am Anfang sehr gut, wie alle alles von ihr wollen und sie quasi einfach nur einsteckt und macht, macht, macht. Also da baut man recht schnell eine gewisse Verbindung zur Rosa auf und will dann natürlich auch wissen, wie die Story weitergeht, wie der ganze Verlauf mit der Familie dann eben weitergeht, wenn sie plötzlich eben nicht mehr der Hampelmann für alles ist oder die Hampelfrau. Und das bringt dann natürlich auch die ein oder anderen Konflikte innerhalb der Familie mit sich. Aber wie gesagt, ich will da aus Spoilergründen nicht zu weit reingehen, aber so viel kann ich sagen. Die Story war ganz nett erzählt, hat mich bei Laune gehalten und ein paar lustige Szenen gab es auch so, obwohl, wie gesagt, der Film im Originalton lief. Ja, super. Gibt es denn noch irgendetwas, was dir ganz besonders auf dem Herzen liegt, was du noch unbedingt unseren Zuhörern mitteilen möchtest? Also, als ich den Film gesehen habe, hatte ich einfach so das Gefühl, ich sehe ja einen Film aus der Sneak Preview. Also, wer sich noch daran erinnert, als die Kinos offen hatten, manchmal gibt es ja diese Überraschungsfilme, wo man nicht so richtig weiß, was kommt. Das sind ja meist so einfachere Independent-Filme und das ist so ein typischer Sneak Preview-Film. Einen Film, den kann man sich mal angucken, da verschwendet man jetzt keine Zeit mit. Ist jetzt allerdings auch nichts, wofür ich, ja, je nachdem, was das Ticket kostet, 10 Euro für zahlen würde oder 15 Euro für eine neue Blu-Ray. Also, ja, das wollte ich dazu noch kurz anmerken. Danke dir. Dann kommen wir auch schon zu der letzten Aktion in diesem Podcast und das ist die Bewertung. Wir vergeben hier, ich würde sagen, Blumensträuße. Wie viele Blumensträuße würdest du denn Rosas Hochzeit geben? Also, von mir bekommt der Film zweieinhalb Blumensträuße. Einfach, weil er so recht durchschnittlich ist. Nicht besonders negativ, nicht besonders positiv, sondern ziemlich in der goldenen Mitte, wo man sagt, ist okay, kann man mal schauen. Super, vielen lieben Dank für deine Zeit und deine Meinung, Werner. Ich danke dir für deine Zeit. Gerne, gerne. Und danke euch allen fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal beim Telestammtisch. Tschüss. Ciao, ciao. Cheers und hallo, liebe Leute, bei einer neuen Folge des Telestammtisch. Ich bin Lida und bespreche für euch heute den zweiten Spielfilm der österreichischen Regisseurin Sandra Wollner. The Trouble with Being Born. Kinostart ist der 1. Juli. Seine Premiere hatte der Film allerdings schon auf der 70. Berlinale 2020. Dort lief er in der Sektion Encounters, wo ich ihn auch gesichtet habe. Auf anderen Festivals wie dem Melbourne International Film Festivals durfte dieser Film allerdings nicht starten. Grund dafür war das Hauptmotiv der in zwei Episoden zerfallenden Pseudo-Handlung, nämlich die Sexualisierung von Kindern. Die Hauptfigur wird verkörpert von einer 10-jährigen Darstellerin, die aufgrund dieser starken Erotisierung sogar anonymisiert wurde und mit Maske und Perücke verfremdet wird, damit man nicht wirklich erkennt, welche reale Person dahinter steckt. Wenn ihr jetzt also gleich ganz laut Skandal schreien wollt, hört euch erstmal grob an, worin es darin geht. Irgendwo im österreichischen Land in naher Zukunft, zumindest Österreich könnten wir vom Dialekt der Leute her annehmen, lebt ein älterer Mann mit diesem Androiden-Mädchen, das für ihn offenbar seine leibliche Tochter, die nicht präsent ist. Wir wissen nicht mehr, wo sie hingegangen ist oder verschollen ist oder ob er sie umgebracht hat. Jedenfalls ist diese Tochter nicht mehr da und das Androiden-Mädchen ersetzt sie. Aber die Beziehung zwischen den beiden ist deutlich sexuell konnotiert. Sie, das kleine Mädchen, ist als Roboter darauf programmiert, ihrem Papa, wie sie ihn nennt, jeden Wunsch zu erfüllen, auch auf sexueller Ebene. Und er benutzt sie eindeutig zu seiner Befriedigung. Ob er auch ein missbräuchliches Verhältnis zu seiner leiblichen, menschlichen Tochter hatte, das erfahren wir nicht, denn Psychologisierung ist nicht die Stärke der Regisseurin. Hier geht es ganz klar um die Provokationen. Wir haben immer wieder stark erotisierende, stark sexuell aufgeladene Bilder von diesem kleinen Mädchen. Und der Haupteffekt ist hier, dass die sexuelle Darstellung von Kindern normalisiert wird und um Sympathie für Täter geworben wird. Dazu führt dann auch die zweite Episode der Handlung, in die diese Hauptfigur buchstäblich hineinläuft, mitten durch den Wald. Und auf einmal sind wir in einer ganz anderen Szenerie. Da geht es dann um Traumabewältigung, um Verlust, Vermeidung oder den Versuch, alte Wunden aus der Vergangenheit durch Ersatzfiguren heilen zu lassen. Auch um Alterseinsamkeit und verschwiegene Familienbrüche. Aber all diese doch recht im Verhältnis zur ersten Handlung verständlichen und menschlichen Impulse werden quasi dämonisiert, indem man sie auf eine Ebene schiebt mit dem pädophilen Verhalten dieser Vater-Täter-Figur aus dem ersten Teil der Handlung. Das Ganze fügt sich nicht wirklich zusammen. Man merkt, dass Sandra Wollner hier einfach auf die Provokation, auf den Schockeffekt aus war, nach dem Motto, denkt mal drüber nach, Leute, ohne wirklich konkret Fragen aufzuwerfen oder Probleme anzugehen. Eine interessante Frage, die sich hier nämlich aufdrängt, wäre zum Beispiel, wie man mit der fiktiven Darstellung von Pädophilie umgeht, wenn es zum Beispiel im Rahmen eines Comics geschieht oder in Form von irgendeiner Sexpuppe oder Roboterfigur. Sexroboter werden ja immer menschenähnlicher. Da wäre eine interessante Frage zum Beispiel, provoziert das Täter oder dient es als Ventil, um Taten zu verhindern? Welche Form von Rollenspiel in Bezug auf Pädophilie ist noch im Rahmen und wann leistet man dem ganzen Vorschub? Wie sollte man damit umgehen? Aber letztendlich hat sich eben Sandra Wollner durch ihre eigene Ausbeutung dieses Themas und ihre stark auf eine pädophile Sexualität abzielenden Bilder selbst schon so sehr kompromittiert, dass sie das Thema gar nicht mehr objektiv-kritisch angehen kann, ohne sich selbst damit fortzuführen. Insofern ein sehr abgeschmackter, ambivalenter Film für mich, der auch dramaturgisch und atmosphärisch wenig zu bieten hat. Immer wenn man hier den Eindruck hat, jetzt käme etwas Atmosphäre auf, wirkt es so, als sei das Ganze einfach nur von einer besseren Inszenierung abgekupfert und nachgeahmt. Eine deutliche eigene Handschrift fehlt hier einfach. Und auch die Schauspieler können mit diesen halbleeren, nur konturartig angelegten Figuren nicht mehr viel anfangen. Also leider kann ich euch da keine wirkliche Empfehlung aussprechen. Wenn ihr durch das ganze Skandal gewesen darum neugierig geworden seid, wartet ihr vielleicht, bis der Film irgendwo gestreamt wird. Im Kino gibt es sicher bessere Sachen, die euer Geld und eure Aufmerksamkeit verdient haben. Ich hoffe, wir hören uns bald wieder hier beim Tele-Stammtisch. Das war es von mir, von meiner Seite. Wir sehen uns im Kino. Macht's gut! Italien ist schön, Italien ist sonnig und viele Leute träumen davon, einmal in Italien zu leben. Vielleicht gehört ja auch Paul dazu. Hallo Paul. Hallo Stur. Paul, wir zwei Hübschen haben mit dem Kollegen Lukas ja erst letztens eine Weltreise gemacht nach Italien. Das könnt ihr euch demnächst beim Tele-Stammtisch anhören. Und jetzt hast du mich gebeten, dich zu befragen zu einem Film, in dem es ebenfalls um Italien geht. Ich frage mich, ist das zufällig? Ich hab's ja schon angekündigt in der Weltreise. Es ist alles ein bisschen chronologisch total durcheinander. Aber ja, wir wollen reden über Vor mir der Süden. Ja, Vor mir der Süden ist meines Erachtens eine Dokumentation des deutschen Regisseurs Pepe Dankwa. Der hat vor ein paar Jahren eine sehr erfolgreiche Tour de France-Doku abgeliefert mit Höllentour oder auch diese Kletter-Doku am Limit. Und Vor mir der Süden kommt jetzt in die Kinos. Und ich will ehrlich sein, ich weiß über den Film so ziemlich ja nichts, außer, dass du ihn gesehen hast und dass er irgendwas mit Italien zu tun hat. Deswegen klär unsere Zuhörer mal auf, worum geht's in Vor mir der Süden? Also 60 Jahre nachdem Pier Paolo Pasolini, der italienische Regisseur, der vielleicht dem einen oder anderen was sagen dürfte, nachdem er die Westküste Italiens von, ja vom Westen aus eben die Küste des Stiefels mit einem Fiat umrundet hat, begibt sich dieser Film quasi auf dieselbe Reise. Im Jahre 2019, also 60 Jahre später, fährt Dankwart diese Route nochmal ab und liefert quasi so ein bisschen Vergleiche oder liefert Eindrücke von den Bewohnern eben aus dem Blickwinkel von 2019. Und außerdem wird Pasolini da auch so ein bisschen mit eingeflochten und alles, was sein Schaffen und Wirken so ein bisschen anbelangt. Pasolini ist ja nicht irgendein Regisseur, sondern wahrscheinlich einer der skandalträchtigsten, aber auch wichtigsten Regisseure des italienischen Kinos. Ich sag hier nur Salo. Und ich seh mir halt gerade das Poster zu Formel der Süden an. Und das sieht halt wirklich aus, so irgendwie so ein roter kleiner Fiat, eine sonnige Serpentinenstraße, blauer Himmel. Im Himmel scheint auch sich so ein bisschen das Meer zu spiegeln. Und dann stelle ich mir einfach die Frage, passt das zusammen? Also Pasolini und dann halt so dieses Bild von Italien, Sommer, Sonne, Strand und Meer? Also es ist auch ganz klar keine Pasolini-Biografie oder irgendetwas. Man erfährt immer wieder, also es werden zum Beispiel Passanten interviewt, wie sie Pasolini in Erinnerung hatten oder so. Und zum Beispiel besucht man auch den Ort, an dem Pasolini ermordet worden ist. Aber der Schwerpunkt liegt tatsächlich auf dieser Reise. Und Schwerpunkt in dem Sinne auch, dass diese Reise eben von einem Voice-Over begleitet wird, das Reise-Tagebuch-Einträge von Pasolini zitiert. Und es geht weniger um den Filmschaffenden und Künstler, um den Kopf. Wie gesagt, keine Biografie. Seine Einflüsse kommen immer wieder, aber diese Reise und dieses Erkunden der Orte oder dieses Mitnehmen der Orte da, das steht schon eindeutig im Vordergrund. Es ist mehr, also es ist Reisekino. Reisekino bedeutet für mich auch immer ein bisschen Tourismus. Ist denn das Thema Tourismus auch vorhanden? Hier stecken so viele Themen so ganz klein und ganz oberflächlich drin. Was wir haben, wir haben an jeder Station, die man hier quasi abfährt, kleine kurze Interviews mit den Bewohnern oder Bewohnerinnen, die eben dort leben. Und dann gibt es ganz viele verschiedene Themen. Da wird einmal über meinetwegen Tourismus gesprochen oder über Migration. Es wird über ja auch mal ganz alltägliche Sachen geredet oder eben über diese Veränderung. Manchmal zieht der Regisseur auch vergleichende Bilder quasi dazu, die es früher von der Fahrt von Pasolini noch gab. Und dann vergleicht er das mit, wie es jetzt aussieht oder so. Also es verschmilzt hier ganz viel. Es kommen ganz viele, also es kommen die Angehörigen sämtlicher sozialer Schichten und Altersgruppen zu Wort. Es kommen deutlich mehr Männer zu Wort. Das lasse ich jetzt einfach mal nur so im Raum stehen. Und eben, ja, ich sag mal so, also Pasolini ist halt, obwohl es wirklich um die Reisedoku eigentlich im Vordergrund geht, aber man kommt immer wieder auf ihn zurück. Jetzt mal so ein Gedankenspiel. Also, ich bin der Rainer. Der Rainer hat früher immer gerne Italien-Unlaub gemacht. Aber jetzt halt, Pandemie war halt, und ach, Job läuft nicht gut, Scheidung, Kinder sind noch zu klein. Such dir irgendwas aus, auf jeden Fall kann er jetzt aktuell nicht nach Italien reisen. Würde der Rainer hier eine gute Zeit im Kino haben, wenn er Formel der Süden anguckt? Oder ist der Film dann vielleicht doch ein bisschen zu, ja, wie soll ich es nett ausdrücken, zu arthausig für den Rainer? Weil Rainer eigentlich so der Typ ist, ich gehe im Jahr 1,5 Mal ins Kino und das ist beides mal ein Marvel-Film. Ja, Extrembeispiel. Ich mache übrigens in letzter Zeit sehr viele Gedankenspiele immer, wenn du mich interviewst. Ja, und es ist immer der Rainer. Das würde ich auch noch sagen. Ich mag Rainer. Ja, also ich glaube schon, dass man für diesen Film so ein bisschen Sommerfeeling mitnimmt. Also, er beginnt schon an so einem total Sonnenschirm überladenen oder besiedelten Sandstrand. Und diese Aufnahmen und so, die vermitteln schon so ein ganz bestimmtes Feeling, ob es jetzt dann wirklich das Richtige für den Rainer ist. Man sieht viele schöne Aufnahmen, aber trotzdem muss ich sagen, dass auch durch die verschiedenen Geschichten, natürlich muss man dann auch irgendwie eine Connection entwickeln in dem Moment dann zu dieser Geschichte oder zu dieser Person. Gut, diese Interviews, die gehen halt immer so zwei bis fünf Minuten vielleicht, aber trotzdem brauchst du irgendwas, damit es nicht komplett auf der Strecke bleibt. Ich muss sagen, mir waren die zwei Stunden Laufzeit, also ich habe sie deutlich gespürt, trotz dieses Abwechslungsreichtums. Und mir war halt nicht klar, diese klare Zielgruppe da zu bestimmen, weiß ich nicht. Ich würde auch sagen, zum Beispiel, dass Kenner von Pasolini jetzt nichts groß damit anfangen können, weil neue Eindrücke oder so über den Künstler oder so bekommt man nicht. Gut, das ist auch vielleicht nicht das Ansinnen. Und ja, über den Roadtrip hinaus gibt es halt keine klaren thematischen Schwerpunkte. Es wird halt ganz viel gesagt. Und ja, einfach die Geschichten so ein bisschen abgegangen oder die Eindrücke, die halt die Einwohnerinnen so haben. Eine Frage noch von mir, bevor wir zum Fazit kommen. Du hast ja erzählt, dass im Opening, dass man da ganz viele Sonnenschirme sieht. Ein schönes Bild, aber ich finde, das macht durchaus die Möglichkeit auf, dass man da auch ein bisschen kritisch eingeht auf den Wandel Italiens und des Tourismus. Ich weiß, wir hatten das Thema jetzt schon, du hast gesagt, es ist jetzt eigentlich so kein Tourismus-Doku, aber ist der Film oder ist die Dokumentation überhaupt interessiert, auch eine Art Kritik auszusprechen? Oder ist das wirklich mehr so, hier Reisetagebuch, guck mal, wie schön hier das ist und guck mal, wie schön das da ist? Also solche kleinen Kritikpunkte, die klingen schon durch, aber nur so, also wirklich nur am Rande. Ich meine, ich glaube, auch am Anfang nutzt man das so ein bisschen als Aufhänger. Am Anfang war es schon fast wie so ein Werbefilm für diese Hotelanlagen dort in der Nähe, weil es wirklich so eingefangen war. Aber man zeigt auch andere Seiten. Also es ist jetzt nicht so, dass jetzt hier nur Urlaubsorte abgegangen werden. Dann würde ich sagen, kannst du zu einem Fazit kommen? Wir vergeben heute einfach mal Sonnenschirme. Also 0 bis 5 Sonnenschirme, wie viel bekommt vor mir der Süden von dir? Der Film ist halt filmisches Fernweh, wenn man es so mag. Das ist ein dokumentarischer Roadtrip, einfach der so ein paar Geschichten, ein paar Eindrücke und eben auch ein bisschen so die Vergangenheit damit einstreut. Mir war ein bisschen zu lang, aber es gibt auch wirklich schöne Aufnahmen, die vielleicht auch auf einer Leinwand gut aussehen. Ab 1. Juli läuft er nämlich im Kino und ich würde vergeben 3 von 5 blau-gelb gestreiften Sonnenschirme. Dann bedanke ich mich für deine Meinung und würde sagen, steig mit mir in den Fiat und ab in den Sonnenuntergang. Liebend gern. Tschüss. Tschüss. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe, es sehr euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des TeleStammfisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.